Musik 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 Er war immer die Nummer 1 und ist es heute auch geblieben. Unser Torwart heißt Jürgen Heine. Die Nummer 2 ist mit dabei. Er heißt Döntler Schössler. Die Nummer 3. Heiko hat schon richtig Angst vor mir und vollständig heißt er Heiko Weber. Die Nummer 4 hat einen klangvollen Namen und er heißt Mike Länge. Auch ein relativ unbekannter Spieler hier im Hölz, den steht hier direkt vor mir. Wir begrüßen ganz herzlich Henry Berg. Heute hier siehst, hast du mit welchen zusammengespielt? In puncto vor allen Dingen der NOF-Powers. Wenig. Wenig. Der ist hier so. Ja, ich nehme jetzt Platz hier neben dem zweiten Trainer, der Eidmark-Auswahl. Meine Herren, das Einschuss! Thomas, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ein Hammer-Schuss! Deutsche Nummer 5! Durch Henry Merck! Deutlich vorher gemacht worden ist? Ja, was dachte ich da jetzt denn? Wir kommen aus Dockertal. Das ist ein 210-Dorf. Und wir haben natürlich den Eidmark zum Spal tut und getan hat. Dankeschön für die Worte. Ja, Freunde, und so muss es auch sein. Eine tolle Aussage hier von Dieter Schönhoff. Die haben einen kleinen 하는데ausbruch. Die waren alle spezifischen Namen und haben uns auchan die Pfanne in der тот einen Schw trieren Diskuss Carrack. Die waren alle Zusammenfunk in der Internet. Die war schon delete und schliegenden ZOOL. Bis zum ersten Mal. Die waren alle kregen. Die waren alle kregen und gezogen. Die war schon ein Zimmer für den Laden. Die waren alle kregen. Alle kregen. Es geht los. Die waren alle kregen. Er schießt, Herr Rumscher, zweimal oder einmal Nationaltrainer oder Co-Trainer, sagen Sie ein bisschen was Sie tun unter Bernd Stange, ist das richtig? Ja, mit einer Glanzparade verhindert hier Sportvorteile das Schlimmste. Ja, ich hatte ja schon zu Beginn des Spiels gesagt, es gab ein wunderbares Treffen beim letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien, als die Mannschaft dann nach Brasilien verabschiedet wurde und das war ein toller Abend gewesen, da waren die Weltmeister von 54, 74, 90 und natürlich die aktuelle Nationalmannschaft. Und da ging es auch ein bisschen darum, was machst du um, was ist da, was wird dort gemacht und da habe ich gesagt, dass ich heute hier in Stendal bin und dass hier sehr viel gemacht wird und Franz Beckenbauer hat ja eine Stiftung und da wird für solche Zwecke, soziale Zwecke, Geld bereitgestellt, das ist eine ganz tolle Sache und da hat der Franz Beckenbauer für die blauen Herzen hier in Stendal für heute und das EUG mit gern 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Ich denke, das ist ein paar Werte. Ja, also wirklich haben wir also erstmal toll von der Franz Beckenbauer Stiftung und auch toll von Dr. Mollenhauer, dass er an seinem solchen Event sich für die blauen Herzen eingesetzt hat und die sind aus Havelberg. Herzlichen Glückwunsch für euch, verwendet das Geld natürlich gut und vielen Dank, dass so etwas heute hier auch mal publik wird, ansonsten bekommt man sowas ja manchmal gar nicht mit. Man, wieder klasse gehalten hier durch den Keeper. War der in der zweiten Halbzeit noch... Oh! Ich weiß nicht, wo ich versteckt habe. Das ist toll. Paul, nochmal jetzt mit dem Profi-Vertrag, das ist ja sowas, was mich mal interessiert. Wie passiert denn sowas? Kriegt man da auf einmal einen Anruf und jemand sagt, komm mal zum Chef ins Büro, wir wollen mit dir reden oder wird man irgendwie darauf vorbereitet? Oder wie passiert sowas, wenn man diese Chance kriegt, so einen Vertrag zu bekommen? Ja, in der ersten Linie muss man halt die Leistung zeigen, in der A-Jugend und das habe ich, denke ich, gemacht und dann kam halt die Frage vom Trainer von der ersten, ob ich da mal mittrainieren möchte. Ich habe natürlich ja gesagt und ja, ich habe ihn wahrscheinlich dann gefallen und habe dann sozusagen halt meinen ersten Grundvertrag bekommen. Ja, aber nur nochmal die Szene sozusagen, weißt du, kommt ja dann zu dir der Trainer und sagt, du Paul, du kriegst jetzt einen Vertrag oder wird man da so reingebeten und ist total überrascht? Ja, man ist schon überrascht, also man kriegt dann halt gesagt, ja, wir wollen mit dir den Vertrag verlängern, möchtest du das? Und dann lässt du dir das halt durch den Kopf gehen und überlegst und ich habe nicht lange überlegt und habe ja gesagt. Jetzt sind drei gegen zwei, da kommt der Pass, da kommen die Chancen, da kommt das Tor! Ich werde verrückt, das ist der Ausgleich! Jedenfalls fast. Ecuador, wa? Oh, natürlich. Und jetzt gehen wir das 2-0 für die Eidmark-Auswahl. So, Thomas, ich habe mal den Jörg Heinrich hier. Jörg, du bist der Weltpokalsieger und meine Frage so, wie ist Ihnen das eigentlich so vor dem Spiel? Ist man da irre nervös oder sagt man, eigentlich bei mir ist es so, ich bin am Abend vorher nervös, aber die letzte Stunde, da bin ich dann schon wieder geläxt oder wird man dann ruhiger, wenn der Anstoß beginnt? Wie ist denn das so in so einem großen Spiel, in großen Stadien? Also nervös war ich, glaube ich, vom ersten Bundesligaspiel, das ist schon eine Weile her, aber daran kann ich mich noch erinnern, dass es das erste Mal wirklich losgeht in der großen Bundesliga. Weiter! Und sicherlich im Finale, ob das Deutsche Meisterschaft ist oder Champions League, da macht man sich dann schon nochmal Gedanken, das ist dann sicherlich anders als der Alltag. Was mir auffällt, die Grün-Weißen hier immer im Übersaal. Leider kein Tor mehr, der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Dankeschön an beide Mannschaften zum Spiel. Hier anlässlich 20 Jahre KV Altmark Ost. Frank, du hast sicherlich den Spielstand genau aufgeschrieben. Na klar, habe ich mir ihn aufgeschrieben, ich kann es natürlich nicht genau lesen, aber ich glaube, es war ein 5 zu 2. Aber das Publikum wird mich sicherlich gleich verbessern. Sehe ich Proteste? Nein, also 5 zu 2 werden wir mal so in das Geschichtsbuch schreiben. Also Frank, halten wir fest für Wikipedia und die anderen Medien. 5 zu 2, heute am 22. Juni 2014. Hallo lieber Dirk, ich bin jetzt 45 Jahre, ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber trotzdem, du warst einer.